Was hat Jütschel denn konkret gemacht? Was wird ihm vorgeworfen? Laut Vernehmungsprotokoll geht es um Terrorpropaganda, weil er in einem Artikel unter anderem geschrieben hat, dass, Zitat, Erdogan mittels eines Referendums seiner Diktatur Macht verleihen will, Zitat Ende. So, ich habe den Satz hundertmal gelesen, aber ich finde keinen einzigen Fehler, meine Damen und Herren. Und Sie werfen Jütschel ernster vor, dass er in einem weiteren Artikel einen alten Witz zitiert. Ich könnte Ihnen diesen hochsubversiven Witz im Original oder auf Deutsch vorlesen, aber ich habe mich dann entschieden, auf Türkisch kommt er noch viel lustiger. Pass auf, pass auf, pass auf, kennst du, kennst du, pass auf. Wie Türke, wie Kürt, Ölümemachkümmeteler. Jetzt pass auf, Kürt, son ist dir neder, die Sörerler. Kürt, son wir dafa, aname görmech ist dir im der. Bu seferde, Türke son ist dir sorulur. Türke, ich elemede, jetzt pass auf, pass auf. Son ist die Kürt, annäßene Görmes in der. Komm, der war nicht schlecht, oder? Jetzt mal ehrlich.